Wie stehst du denn da? Was ist denn mit dir los? Ich habe mich verliebt. Oh wie toll. Von wegen. Was ist denn passiert? Wir sehen uns gestern zum dritten Mal. Da hat er mir eine Rose geschenkt. Und er hat gesagt, wir sehen uns wieder, wenn die Rose verblüht ist. Wie cool ist das denn? Von wegen. Die Rose war aus Plastik.